Das FI Forum ist in diesem Jahr eine ganz besonders beeindruckende Veranstaltung. Das war auch in den letzten Malen schon so. Aber in diesem Jahr kann man besonders deutlich sehen, wie die Sparkassenfinanzgruppe Fortschritte macht in puncto Digitalisierung. Wie kann eine Sparkasse, die an und für sich ein analoges Geschäftsmodell hat, ihre Service- und Produktleistungen verbessern mit digitalen Lösungen und damit dem Kundenbedarf noch besser gerecht werden. Und wir als Helaba tragen mit unseren Produkten genau dazu bei. Unser Stand, der in diesem Jahr besonders gut besucht worden ist von vielen Vorständen und Entscheidungsträgern aus den Sparkassen, bildet genau diese digitalen Lösungen ab, mit denen wir Sparkassen unterstützen. Wir sind hier beim FI Forum, bei der Hausmesse der Finanzinformatik und haben hier einen eigenen Stand der Helaba, können hier unsere Neuentwicklungen zeigen und vernetzen uns mit den Kunden, mit Sparkassen, mit Vorständen, mit Fachkollegen. Und es ist ein wunderbares Event, bei dem wir uns hier einfach gut vernetzen und miteinander ins Gespräch kommen können. Also ich liebe diese Messe, ich bin wirklich echt gerne hier. Wir hatten gestern einen ganz tollen ersten Tag inklusive Abendveranstaltung und heute gehen wir mit Schwung in den zweiten Tag und freuen uns richtig auf die Gespräche, die wir heute führen können. Ja, wir haben vor einiger Zeit eine Kundenumfrage gestartet, Helaba-weit. Dabei wurden die Sparkassen, aber auch unsere großen Corporates befragt, wie zufrieden sind sie mit der Helaba. Wir konnten dabei außergewöhnlich gut abschneiden und auch die Sparkassen sind sehr zufrieden mit uns, haben uns das auch offen gespiegelt, nicht nur anonym, sondern waren bereit, auch mit Namen und Sparkasse zu nennen, sodass wir Rückfragen haben können. Es gibt auch noch ein paar Themen, die wir bearbeiten müssen, aber grundsätzlich können wir wirklich sehr zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Die Kunden und besonders die Sparkassen schätzen uns als Partner sehr. Ja, ganz konkret, wir sprechen hier mit dem einen oder anderen Dienstleister darüber, wie wir unsere Angebote für die Sparkassen miteinander vernetzen können, wie wir für die Sparkassen gemeinsam mehr leisten können. Ich nehme hier viele neue Kontakte wahr und daraus entwickelt sich bis zum nächsten FI-Forum wieder eine Menge mehr und ich bin mir sicher, dass wir dann wieder über neue Themen sprechen können. Vielen Dank.